Hallo zusammen und willkommen zu Part 2, wie erstelle ich einen Isometric Room in Blender. Im ersten Part haben wir ja bereits unseren Schreibtisch und den Computer, Maus und Tastatur gemacht und in diesem Part werden wir ein paar weitere Möbelstücke machen und ein paar Lichteffekte reinbringen. Also viel Spaß! Angekommen in Blender, starten wir direkt mit einem neuen Cube, denn wir haben zwar schon unsere zwei Bildschirme, aber natürlich fehlt noch ein Computer oder Rechner dafür. Deswegen einfach das ganze Ding hier mal reinscanen, dass wir ungefähr eine schöne Größe haben, die wir hier unten in unsere Lücke reintun können, die wir ja im ersten Part gemacht haben von unserem Schreibtisch. Ich werde jetzt hier das schwarze Material zuweisen, welches wir schon für unseren Bildschirm und die Tastatur genutzt hatten und dann werden wir uns das ganze Ding jetzt mal hier reinbewegen in unsere Lücke, um das Ganze hier schön zu platzieren. Es kann sein, dass ihr das Ganze jetzt nochmal scalen müsst. Ich scale das jetzt nochmal auf der X-Achse ein wenig, bringe das nochmal ein Stückchen raus, so dass es irgendwann perfekt aussieht. Vielleicht ist das Ding hier noch ein bisschen zu groß, deswegen mache ich das noch ein bisschen kleiner und bringe das Ganze wieder auf den Boden. Sehr schön! Ich füge hier jetzt noch im Schnelldurchlauf einen kleinen Circle hinzu, den ich mir ein bisschen reinscale und das Ganze ausfille und rot mache. Ist wie so eine Art kleiner Powerknopf für den Rechner, dass wir ihn auch starten können. Nachdem ich das getan habe, werden wir weitermachen mit unserem Stuhl. Und zwar fangen wir mit den Beinen an, würde ich sagen. Deswegen ändern wir einen weiteren Cube, scalen uns das Ganze hier schön rein, dann scalen wir das überall außer auf der Z-Achse, um hier ein schönes Bein zu machen. Vielleicht noch ein bisschen kleiner, so ungefähr. Dann bringe ich den erstmal hier runter und am besten schon mal in Tischnähe. Ich werde das Bein nochmal ein bisschen kleiner machen. Jetzt bringen wir uns das Ganze mal in Tischnähe. Vielleicht wieder ein Stückchen höher. Und dann werden wir das Ganze erstmal duplikaten mit Shift-D und dann bewegt ihr euch das hier nach rechts. Nachdem wir die zwei Beine natürlich jetzt haben, fehlen uns noch die weiteren zwei Beine. Deswegen beide nochmal auswählen und Shift-D und nach vorne ziehen. Das Ganze können wir uns gleich schön zurecht machen, aber fürs Erste reicht das. Dann selektieren wir uns einmal alle Beine, machen Ctrl-J, um daraus ein Objekt zu machen und setzen den Origin zum Center of Mass. Dann werden wir hier einmal in den Vertex-Mode gehen und unsere Vertices hier oben einmal fillen. Also einfach alle auswählen und dann wieder F drücken, dass wir hier ein paar Faces uns erstellen. Dasselbe macht ihr natürlich jetzt auf allen Seiten. Und dann benutzt ihr hier nochmal die Ecken hier, um eure Mitte zu fillen. Und perfekt. Dann gehen wir einmal in den Face-Mode, selektieren den äußeren Part hier, also nur das hier vorne. Und das werden wir einmal dissolven, also X drücken und dissolve Face, dass wir nur noch ein Face haben. Und diese Seite hier werden wir auch einmal dissolven. Und dann werden wir unsere Stuhllehne gleich nach oben bringen. Deswegen hier einfach mal die Taste E drücken zum Extruden. Das Ganze auf eine angemessene Länge bringen. Das können wir gleich korrigieren. Dann werden wir dieses Face hier auch nochmal auswählen, um das ganze Brettchen hier ein bisschen dicker zu machen. Sonst lässt sich da ziemlich schwer drauf sitzen. So sieht das schon ziemlich, ziemlich cool aus. Jetzt könnten wir hier ein paar Details reinbringen, indem wir das ein bisschen nicht ganz so eckig machen. Vielleicht ein bisschen abrunden. So zum Beispiel. Das sieht jetzt aber vielleicht nicht so cool aus an den Stuhlbeinen. Müssten wir nochmal hier gucken. Vielleicht setzen wir die Ecken hier, wählen wir vielleicht auch nochmal aus. Ich mache jetzt nochmal zurück, dass wir gleich beides auswählen, bevor wir hier uns tot spielen dran. Und dann scannen wir das Ganze einfach hier nur ein bisschen rein auf der X-Achse, um das Ganze schön abzurunden. Gut, jetzt könnten wir uns hier einen Loop Cut reinbringen. Ich sehe gerade, das geht nicht so wunderbar. Ne, dann werden wir was anderes machen. Dann gehen wir einmal in den Face-Mode, selektieren hier unser oberes Face, bringen uns das runter und extruden das einfach nochmal. Dann haben wir hier auch eine Art Loop Cut drin. Gut, dann werden wir diese Seite hier einmal auswählen und werden uns eine kleine Wirbung machen, indem wir das einfach mal hier reinschieben. Einfach so ein bisschen rein. Und hier oben könnten wir das dann auch ein Stückchen zurück machen. Das sieht nicht so cool aus. Vielleicht wählen wir die Seite auch noch mit aus und schieben unseren ganzen Stuhl hier oben so ein bisschen zurück. Sieht schon auch ein bisschen ergonomisch aus, oder nicht? Sehr schön. Ich werde den Stuhl jetzt im Schnelldurchlauf noch ein wenig überarbeiten. Zum Beispiel die Stuhlbeine ein bisschen dünner machen hier, um das ganze Video jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Deswegen einfach der Schnelldurchlauf. Wir werden dann auch noch gleich ein Material einfach zuweisen, beziehungsweise ein neues erstellen, dass wir ein schönes Braun haben. Einfach ein paar Loop Cuts hinzufügen zu den Stuhlbeinen und dann ein bisschen mit der Länge rumspielen. Da müsst ihr selber gucken, wie ihr das Ganze haben möchtet. Nachdem ihr nun vollkommen zufrieden seid mit eurem Stuhl, werde ich das Ganze hier mal auf der Z-Achse ein bisschen rotieren und das Ganze zu unserem Schreibtisch moven. Einfach um den ganzen Stuhl hier ein bisschen drunter zu verstecken, so wie sich das eigentlich gehört. So sieht das schon ziemlich, ziemlich cool aus. Bevor wir das Bett jetzt starten werden, werden wir eine ganz, ganz leichte Sache machen. Nämlich adden wir jetzt erstmal einen Cube hier und scannen uns das Ganze wieder runter auf der Z-Achse und auf allen Achsen. Aber erstmal auf der Z-Achse ein bisschen dünner machen. Dann nehme ich hier die Y-Achse und dann werden wir uns das Ganze erstmal an die Wand bringen. Und zwar werden das jetzt unsere zwei Wandregale. Ich werde jetzt zwei machen, ihr könnt auch mehr machen, wenn ihr möchtet. Den werde ich jetzt mal hier so ein bisschen platzieren. Vielleicht auf der X-Achse noch ein bisschen breiter. Da werde ich das weiße Material zuweisen. Shift-Duplicate und noch ein leicht versetztes Wandregal hier oben platzieren. Jetzt haben wir schon unsere Wandregale. Jetzt fehlt nur noch das Bett. Deswegen einen weiteren Cube hier adden. Dann scannen wir uns das Ganze schön down, dass wir jetzt erstmal unser Bettgestell haben. Was aber gleichzeitig so ein bisschen am Anfang aussehen wird, jetzt wie eine Matratze. Deswegen habt ihr hier eine schöne Vorgabe. Macht einfach ungefähr so eine Matratze. Das werde ich jetzt mir hier in die Ecke platzieren. Schön an die Wand bringen. Und ein bisschen im Boden verschwinden lassen. Oder halt auf dem Boden platzieren, dass wir hier einen fließenden Übergang haben. Ich move das nochmal ein Stückchen nach rechts. Können gleich gucken. Aber ich finde von der Größe her sieht es schon ziemlich cool aus. Jetzt werden wir noch ein Material zuweisen. Ein schwarzes oder am klügsten wäre, wenn wir das direkt weiß machen. Wir machen es jetzt erstmal weiß, das Material. Und dann werden wir in den Edit Mode gehen. Und werden dann unser oberes Face einmal selektieren. Und drücken hier einmal E, S, um das Ganze reinzuscannen. Ihr könnt auch die Taste I wiederverwenden für die Inside Function. Das wäre auch möglich. Das werde ich mir jetzt ein Stückchen hier hoch bewegen. Oder ein Stückchen runter vielleicht. Ja, ein Stückchen runter bewegen wir uns das. Dann extruden wir das noch einmal. Das ist jetzt unsere Matratze. Und für die Rückwand werden wir das hintere Face hier einfach auswählen. Und auch einmal extruden. Und ihr seht, dass das schon ziemlich, ziemlich cool aussieht. Vielleicht noch ein Stückchen runter. Dann müsst ihr nur noch ein zweites Material erstellen. Mit einer schönen Farbe für eure Matratze. Und das Ganze hier assignen. Ich werde jetzt hier einen Schwarz verwenden. Das sieht schön aus. Gut, dann fehlt natürlich noch eine kleine Decke und ein Kopfkissen. Das wäre natürlich auch nochmal was Schönes. Deswegen werden wir hier ganz einfach einen neuen Cube adden für die Decke. Das scannen wir uns jetzt hier wieder raus oder rein. Ich mache das nochmal schön dünner. Ich werde das gleich erstmal hinmoven. Dann können wir das ein bisschen besser sehen, die Proportion. Hier werde ich jetzt ein weißes Material nehmen. Deswegen move'n wir das erstmal jetzt hier hin, damit wir die Proportion ein bisschen besser sehen können. Hier zum Beispiel noch ein bisschen rein. Und die X-Achse muss auch nochmal ein bisschen geskait werden. Nicht zu viel. Die Y-Achse natürlich auch nochmal, damit unser Kopfkissen natürlich noch Platz hat. Und dann platziere ich mir das erstmal. Und das sieht ziemlich, ziemlich schön aus jetzt schon. Ich move' das nochmal hoch, dass man das auch sehen kann. Weil jetzt war das Ding ja noch in der Matratze drin. Und das wäre jetzt eine ziemlich leichte Decke. Aber wir wollen es ja nicht leicht haben. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein paar Loop Cuts reinbringen. Und dann werden wir uns das Ganze jetzt ein bisschen anschrägen. Ich werde das wieder im Schnelldurchlauf zeigen. Denn ich werde so einen kleinen coolen Effekt machen. Eine kleine Spielerei, dass wir das an der Ecke so ein bisschen runterhängen lassen. Und wenn ihr zufrieden seid mit eurer Decke, denn ich bin es, dann ändern wir einen weiteren Cube für unser Kissen. Einfach nur runterscalen, dass ihr das ungefähr auf eine Kissengröße bekommt. Nochmal ein bisschen breiter und oben nochmal ein bisschen schmaler. Und natürlich das weiße Material, wo habe ich es? Da habe ich es. Und dann werden wir das erstmal auf unser Bett move'n, dass es auch richtig platziert ist und nicht auf dem Boden rumliegt. Und das rotiere ich mir gleich nochmal auf der Z-Achse ein bisschen. Und jetzt werden wir hier zwei Loop Cuts reinbringen auf der Seite. Und wenn ihr jetzt einmal S drückt, also nicht auf der X-Achse, sondern so S, dann seht ihr, dass das direkt einen richtig coolen Effekt bekommt. Was ziemlich cool ist, den wir auch nutzen werden. Deswegen einfach hier S drücken und das ungefähr so machen. Vielleicht ein bisschen breiter dann auf der X-Achse. Dann werden wir hier vorne die Seite auswählen und das Ganze ein bisschen anschrägen. Und die Seite natürlich auch. Und dann ist das schon ein nettes, kleines Kissen. Gefällt mir wirklich gut. Eine kleine Sache, die wir noch machen könnten, wäre eine Lampe. Deswegen adden wir hier jetzt mal einen Circle. Den bringe ich mal ein Stückchen hoch und scale das Ganze rein. Dann gehen wir in den Edit Mode, drücken F zum Fillen und E zum Extruden, um sozusagen unseren Fuß zu machen. Den werde ich jetzt nochmal ein bisschen reinscalen und erstmal in Position bringen. Nämlich rechts neben unserem Schreibtisch, da möchte ich gerne unsere Lampe haben. Jetzt werden wir hier erstmal in den Face Mode gehen oder erstmal ein Material am besten zuweisen. Ich nehme jetzt erstmal das weiße Material hier. Und für den Lampenständer werden wir uns das Ganze auch sehr einfach machen. Und zwar einfach einen neuen Cube hier adden. Den werden wir natürlich richtig, richtig dünn jetzt erstmal scaleen. Auf der Z-Achse, dann bringe ich mir das wieder ein bisschen in Form. Ihr kennt ja ungefähr den Ablauf, wie man das jetzt macht. Ich mache das nochmal ein bisschen dünner, also Shift-Z drücken, damit ich alles scale außer die Z-Achse. Dann bringe ich mir den erstmal hier in Position, dass ich ihn ungefähr hier so ein bisschen mittig habe. Ist noch ein bisschen dick. Deswegen nochmal Shift-Z drücken. Also vorher S und dann Shift-Z. Und dann macht ihr den hier schön dünn, dass der ja nicht zu breit ist. Ich bringe den nochmal einen Ticken höher. Da müsst ihr jetzt auch nochmal ein bisschen rumspielen, wie groß ungefähr eure Lampe sein soll. Für den Lampenschirm werden wir einen Zylinder benutzen. Also einfach einen Zylinder adden. Ich change jetzt mal die Vertices hier auf 8. Ist mir aber zu wenig. Ich glaube, wir machen das mal auf 10. 10 sieht gut aus. Dann bringe ich mir das hoch. Scale mir das auf eine schöne Größe. Einfach hier nochmal alles außer Z. Ein bisschen dünner noch. So ungefähr vielleicht Z noch ein bisschen kleiner. So ungefähr. Dann geht ihr in den Edit-Mode, selektiert das obere Face und scale nur das rein. Dann drückt ihr nochmal E und scale das rein. Und dann drückt ihr nochmal E und bewegt das nach unten, dass wir hier diesen kleinen Space da oben haben, was ziemlich, ziemlich cool aussieht. Dann könnt ihr das Ganze natürlich zum Rest eurer Lampe move'n. Und jetzt müsst ihr versuchen, dass ihr das Ganze hier richtig schön mittig hinbekommt. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen rummoven und rumspielen. Vielleicht hier nochmal ein Stückchen. Vielleicht nochmal von unten schauen. Da sehen wir, dass das noch nicht ganz so mittig ist. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen, bis ihr ungefähr ein schönes Ergebnis habt, was euch gefällt. Mir gefällt das eigentlich schon ziemlich cool. Wir könnten das Ganze auch hier ein bisschen oben rausgucken lassen. Ist aber vielleicht nicht allzu schön. Ich move'n hier nochmal ein bisschen. Ah. Es sieht gut aus. Aber ich glaube, ich mache das doch noch ein bisschen kleiner, die Lampe. Wir könnten das auch noch so rein scaleen. Aber ich move'n das auch wieder hoch. Lasse das nicht rausgucken. So ungefähr. Das sieht schön aus. Gut, dann fehlt natürlich noch Material. Hier könnten wir jetzt so eine Art Blau-Metallic-Look verwenden. Aber ich glaube, ich werde das weiß machen. Einfach schlicht weiß. Dass es schön zum Rest der Möbel passt. Gut, jetzt hätte ich fast einen Verdacht. Und zwar, dass man den Computer nicht wirklich sehen könnte auf dem Renderbild. Deswegen packen wir nochmal unseren Stuhl hier. Und werden den nochmal ein Stückchen zur Seite und ein Stückchen reinschieben. Ich drücke mal 0 auf meiner Tastatur, auf dem Numpad. Dann kann ich nämlich in die Kamera-Settings gehen. Also den View von der Kamera. Und dann sieht das ziemlich cool aus. Eine kleine Sache fehlt noch. Wir adden jetzt hier einen Point Light. Und bringen den erst in Position. Unter unsere Lampe. Jetzt müssten wir uns das Ganze am besten einfach mal gleich im Render-Modus angucken. Wie das ungefähr aussieht. Aber erstmal bringt ihr euch das Ganze hier in Position. Dass es ungefähr unter eurer Lampe verschwendet. Ich mache mal hier ein neues Fenster auf. Und gehe mal hier in den Render-Mode. Also Rendered. Hier können wir dann nämlich das Resultat unserer Lampe sehen. Man sieht das Licht jetzt nämlich nicht. Aber wenn ich es jetzt hier runter move, könnt ihr sehen, dass das Licht vorhanden ist. Und hier müsst ihr jetzt einfach ein bisschen rumspielen. Also euch das Ganze hin und her ein bisschen bewegen. Vielleicht die Cast Shadows off oder on. Ich lasse sie jetzt mal on. Und dann könnten wir hier die Farbe noch ein wenig anpassen. Vielleicht ein leichtes Gelbton. Das sieht immer schön aus wie so eine Halogen-Lampe. Hier vielleicht bei der Strange noch ein bisschen mehr. Oder ein bisschen weniger. Super. Und so sieht das Ganze dann nach Part 2 gerendert aus. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten in Part 3. Und ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, dieser zweite Part. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt einen Kommentar, ein Like und über ein Abo würde ich mich natürlich auch mega, mega freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im dritten Part von dieser Low-Poly-Isometric-Reihe. Macht es gut, Leute. Ciao.